Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Hallo Matthias, alles Gute. Hier mein Geburtstagsgeschenk für dich. Ein guter Red Lobster. Sieht lecker aus. Sieht perfekt aus. Bist du zufrieden, mein Schatz? Ganzartig. Und es wird ein wunderschöner Tag und wir sind ganz weit gefahren. Wir sind von Miami Beach nach North Miami gefahren, extra zu Red Lobster. Und haben heute früh schön gefrühstückt im Hotel. Sind jetzt hier bei Red Lobster. Und nachher werdet ihr noch sehen, dass wir zum Ocean Drive nochmal fahren. Und da werdet ihr noch weitere Sachen von uns von heute sehen. Und wenn ihr mehr sehen möchtet von unserer Tour hier durch Miami, einfach unten auf Gefällt mir für Reiseberuf Weller drücken. Und dann werdet ihr noch weitere Videos sehen. Und einen guten Appetit werde ich jetzt haben. Und ich hoffe, wenn ihr in Amerika seid, dass ihr auch bei Red Lobster einmal einen Lobster genießen könnt. Ade!